Thunfisch? Was glaubst du, mit wem du hier redest? Hm. Rostige Rasierklinge. Soll's ja auch gar nicht. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich habe wahrscheinlich irgendwo irgendwas übersehen. Die Frage ist nur, wo und was. Weißt du? Hm. Hm. Und mit der Kanone haben wir jetzt eigentlich auch schon alles ausprobiert. Alles, was irgendwie ansonstenfalls Sinn machen würde vielleicht. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Das wird nicht klappen. Hm. Ja, das ist mit mir. Hast du das? Ja, wach mein Mann. Ist das sicher, dass wir das Problem? Ist das sicher, dass wir das Problem? Was ist hier mit? Kann ich das haben? Ich garantiere, dass du 100% in dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Wird ja gern rumlaufen, ein paar Geil... Müll, 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 Müll. Kann ich das nehmen? Das kann ich nicht umtragen. Schade eigentlich. Gut. Hier brauchen wir Kleingeld. Hier brauchen wir irgendwie was, was wir in das Loch reinstecken können, falls überhaupt... Okay, da können wir nicht nochmal rein, um das Päckchen irgendwie zu holen. Das heißt, das machen wir tatsächlich nicht heute. Schaufenster? Eher nicht. Man kann von hier ins Büro schauen. Das ist ja toll. Ahhhh. Hm. Gibt's noch was in der Sweepwood Station gibt? Zuhause gibt's nix mehr. Da ist nix mehr. Hm. Die Dame. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. Hier kann ich rein, den Konsole hier. Das sollte ich lieber lassen. Okay. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Helpt. Ja, ja, komm. Nichts von Interesse. Kann ich irgendwas mit der Sprechanlage tun? Oh Mist. Jetzt ist besetzt. Mit dem Fahrkartenautomat? Direkt. Mit Betty reden. Ich hab keine Lust mit ihr. Kalender auch nicht. Hm. Ob ich doch noch was in Mads Wohnung vielleicht übersehen habe. Also bis auf den komischen Alkohol in der Tasse da. Den ich ja so nicht mitkriege. Hier. Vielleicht gibt's draußen noch irgendwie was. Das ist der Typ mit dem ich nicht reden kann. Vielleicht kann ich aber... Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was ich mit dem jetzt anstellen wollen würde. Macht doch keinen Sinn. Ach, guck mal. Da ist eine Seitenstraße. Unendliche Weiten. Da ist eine Rohr. Das Rohrleitungssystem des Gebäudes. Und das sagt mir jetzt was? So stark bin ich nicht. Hm. Ich weiß nicht, was ich mit davon aufhöre, aber hey. Ich glaub nicht, dass das hinhaut. Okay. Absperrung. Hier komm ich nicht durch. Ich spring nicht über eine Absperrung. Gut. Das heißt, das müssen wir dann später irgendwie zerschneiden. Vielleicht mit einer rostigen Rasierklinge. Das kann ich nicht rasieren. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Okay. Sonst haben wir hier tatsächlich nicht so viel. Bei Rohr wüsste ich jetzt auch nicht, was ich jetzt damit machen wollen würde. Die mir vielleicht nochmal einen Hotdog andrehen oder so. Hier. Hm. Ich schulde ihm nichts. Hm. Hm. Er hat schon gesagt, hm? Hm. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht die Nachbarn. Hm. Verschlossen. Hm. Klingeln ist nicht. Kann ich hier klingeln? Und es bringt was. Ich hab hier noch nie angeklopft. Und ich fange jetzt ganz... Okay. Also, Spiegel. Ist nicht. Sofa. Ist nicht. Bild. Ist nicht. Bild. Ist nicht. Hier Bilder. Okay. Dann sind Bilder eher irrelevant. Das hatte ich hier versucht. Das kann ich nicht benutzen. Er ist nicht auf der Flucht. Flippautomat. Flippautomat. Wird mir jetzt auch Spaß machen. Okay. Poster. Ist auch nicht. Die Magnete. Ist nicht machbar. Die kann er nicht mitnehmen. Das hier ist auch nicht, weil da was von Matt drin ist. Außer er packt das vielleicht in die Schüssel. Anzünden. Lieber nicht. Auch nicht. Ähm. Ja. Und halt der Kaffeebecher. Die muss ich nicht nehmen. Jedenfalls nicht jetzt. Das ist Matt's Kaffeetasse. Hm. Da ist noch Alp drin. Hm. Starker Alp. Vielleicht kann ich das umfüllen. Eher nicht. Hm. 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 Die Fernbed... Mensch. Was ist denn da mit der Stimme los? Die Fernbedienung? Die Fernbedienung. Ne. Wirklich. Ähm. Damit kann ich auch nicht wirklich was machen. Ne. 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 Ähm. Hm. Weil es so der einzige Gegenstand, der mir jetzt noch einfallen würde, wo ich jetzt wirklich vielleicht was Interessantes machen könnte oder so. Das lass ich mal. Der Blend-O-Matic 90. Hm. Ein herrlicher... Mit dem Ofen hab ich nichts zu schaffen. Ich glaube fast, ich hab wirklich alle Items eingesammelt, die ich einsammeln kann. Ich mein, ich werd nochmal ganz kurz hier, ne, nach Hause fahren und auch nochmal... Äh, in die Bar. Und nochmal zu gucken, ob ich dort irgendwo irgendwas zu passieren hab. Ansonsten muss es halt ne Kombination aus irgendwelchen Gegenständen sein. Weil... Sonst kommen wir hier nirgendwo weiter. Und entweder es ist halt tatsächlich irgendwas anderes, was ich da jetzt in das Getränk des Partners reinpacken soll. Oder... Es ist tatsächlich die Cola. Und an die Cola muss man halt erstmal rankommen. Das ist halt so ne Sache. Hier in das Loch können wir immer noch nichts reinstopfen. Können wir nicht zuhämmern oder so, ne? Ich glaub nicht, dass das hinhaut. Ne. Pfütze. Eine große Wasserpfütze. Jedenfalls hoffe ich, dass es Wasser ist. Und dann... Kann sie nicht mitnehmen? Nein. Mit ihm reden ist nicht. Bananenschale will er nicht. Mülleimer kann er angucken. Bringt aber auch nix. Mülleimer voller... Mülleimer... Mülleimer voller... Mülleimer voller... Hm. Müllkorn... Und halt das Koala-Poster. Ne Koala... So, das ist das. Flaschen... Komisches Einmachglas. Power up. Kann ich das haben? Ich brauch gerade keine Streuwagen. Und wenn ich das runterschmeiße? Das wär echt ultraübel. Was ist denn das? Die konserviert man in Formaldehyd? Mann, wenn die ausbrechen, die bringen uns alle um. Übel, übel. Okay. Kontra oder Probotector? Das ist hier die Frage. Ja. Hier noch ein komisches Einmachglas. Auch Formaldehyd. Ist in Zigaretten drin übrigens. Ein paar von den Flaschen sehen echt komisch aus. Ein paar von den Flaschen... Kannst du die mitnehmen? Ja, nicht gern. Hm. Okay. Die Bilder hier drin sind mir... Da oben sind hier noch diese Galanten. Die Dinger verwandeln das letzte Loch in der Partylocation. Kannst du auch an die mitnehmen. Kannst du nicht ran. Kannst du da... Hier ein Teleskopentenbügel dafür verwenden? Ja. Okay. Doch was mach ich jetzt mit Galanten? Hübsche Galanten. Naja. Hübsch ist relativ. Ja. Ja. Die Bilder hier drin sind... Hast du auch noch ne Lampe? Kannst du die mitnehmen? Kannst du die mitnehmen? Ne. Hier Billardstöcke. Ein Kühl. Ein paar schöne Billardstöcke. Bevor Eleni besorgt hat, haben wir mit den Füßen gespielt. Ja. Mit den Füßen. Nicht der richtige Zeitpunkt. Okay. Bei den Bildern sagt er überall das gleiche, ne? Billardtisch. Mein alter Billardtisch. Billardkugel wahrscheinlich erst später, wenn wir hier auch einen Billardstock mitnehmen können. Solange der nicht beworben. Nee. Ich hasse... Okay. So. Die Türen gehen ja nicht zu. Toiletten benutzen ist ja auch nicht drin. Die Pfütze sicher ist jetzt. Das ist Elanes Job. Wow. Mit den Zielen hab ich's wohl nicht so. Hm. Es wird Elaine nicht gefallen. Ja. Lecker. Hab ich vorher echt nicht gesehen. Hm. Ich hab beledigt, was sie wollte. Okay. Okay. Ich würde tatsächlich noch mal ganz kurz nach Hause. Auch wenn's dort eigentlich nicht so viel gibt. Aber mal gucken. Mhm. Ne. Man weiß ja nie und so. Hm. Hier ist benutzen ist nicht. Hier. Die Wohnung vom Nachbarn. Bin sicher, dass es da ziemlich stinkt. Kannste aufmachen. Bestimmt nicht, ne? Kann er jetzt nicht benutzen. Weil wegen ist grad einfach mal nicht. Ich kann nicht. Ich geh Leuten nicht gern auf die Nerven, okay? Ich hab im Moment keinen Bock. Wir müssen ja immer noch irgendwie an den Tauben vorbei. Rattengift. Das Gift ist flüssig. Schlüssel mit Maisresten. Hm. Hm. Es heißt. Warte. Warte. Bitte warten. Wir gehen mal zurück zum Pfandleier. Nehmen dann die kochende Wasserflasche da runter. Packen da dann die Maisreste-Dingens drauf. Man sollte daraus vielleicht Popcorn werden. Aber nur vielleicht. Ich klicke hier im Moment ein bisschen schnell durch. Muss ja auch mal sein. So. Nehmen wir mit. Ist ja nur kochendes Wasser. Das packen wir einfach mal so in die Tasche. Ist ja gar kein Problem. Hier. Das hier drauf stellen. So. Mitnehmen. Ich garantiere. Und dann machen wir daraus. Rattengift. Popcorn. So. Damit gehen wir wieder zurück. Ich weiß noch nicht was ich da mit dem Ding da anfange. Aber hey. Erstmal haben. Ja. michp, bitte. потому sabe. bowle comme das hier practise sich gerade für so.